Jetzt geht's auf die Fresse! Hahaha, hat's runtergefetzt! Hä? Hä? Wo ist denn dieser Troll jetzt hin? Bin ich doof, da war doch grad ein Troll! Hä? Hallo? Troll? Bin doch nicht bekloppt, da war doch jetzt grad ein Troll! Hallo? Hallo? Troll? Hä? Moment... Ach ja, da bist du ja! Ey, hör auf! Ist er! So, dann gucken wir gleich mal! Ich brutzel den ein bisschen an! Na, schön durch! Sehr schön! Genau! So! Und dann... Wechseln wir die Waffe! So, und jetzt hoffe ich mal! Wo ist er hin? Hier! So, du Penner! Komm! Das war voll daneben! Sehr schön! Das war auch daneben! Ne, der hat getroffen! Aua! Danke! Super, echt! Leichte Rüstung! Sehr schön! Ja, das gibt jetzt keinen Seelenstein, weil das nicht schnell genug ging! Oh, oh, oh! Der hat uns ja gleich! Das ist ja mal nicht schön! Okay, das war mega-fail! Das war mega-fail! Ich gib's zu, das war mega-mega-monster-fail! Ich wollte noch in der Luft! Wollte ich noch, ne? Ah! Aber naja, macht nix! Können wir ja nochmal versuchen hier! Pass auf! Ich probier das einfach nochmal! Nehme, alter! Nordpfeil so! Und dann nehmen wir nochmal diesen... diesen Zwergen... Ne, diesen Zauberräuberbogen hier! So, mit dem Versuch ich einfach nochmal! Wom sieht der uns denn eigentlich? Wom hat der uns entdeckt? Ja, aber nicht nett! So, du Pisskopf! Komm jetzt! Halten die jetzt mehr aus? Das stehe ich gar nicht irgendwie! Hm! Schießkunst haben verbessert! Ja, sehr schön! Ja, okay, was auf! Ich haue ihn aufs Maul! Ich geh runter und haue ihn aufs Maul! So, komm her! Hallo, Pisskopf! Komm jetzt! Jetzt gehst's auf die Fresse! Hahaha! Hat's runtergefetzt! Ist er hin, oder was? Oh, mon! Hm! Ja, so fühle ich aber keinen Seelenstein hier! Zumindest war so eigentlich der Plan, ne? Okay! Ja, wollen wir uns hier nochmal umgucken! Das sieht ja echt stylisch aus hier! Woll ich mir erzählen, dass es hier echt nicht mehr gibt! Wollen wir noch ein bisschen stöbern? Irgendwie! Oder? Ich weiß nicht! Ich finde diesen Bogen hier im Übrigen auch nicht schlecht! Der sieht auch echt stylisch aus! Das hat irgendwie was! Guck mal! Es so! Weiß ich nicht so! Uh! Und so, ne? Lauter Neues, geiles Durch! Das ist ja Wahnsinn! Was wir hier alles haben! Das ist ja... Nicht zu glauben ist das! Ha! Es ist nur noch... Ich komm aus dem Staunen nicht heraus! Au! 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 Ich hör was! Hallo? Was? Wat? Ah! Meine Güte! Hast du mich erschrocken, ey! Machst du für Sachen! Nein, hör auf! Auf! Hanna! Mein Gott! So, dann gucken wir mal, ob wir dich jetzt kriegen! Aber jetzt geh doch mal drauf! Ach, ja! Geh mir nicht auf den Sack, ey! Ja, okay! Das waren wieder keine drei Sekunden irgendwie! Ich weiß nicht! Das funktioniert irgendwie so nicht, wie ich mir das vorgestellt hab! Ah! 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 Okay, aber jetzt! Ah! Ah! Hallo? Das war übel der Headshot! Hallo? Oder doch? Hat funktioniert! Hm! Aber was heißt das mit den drei Sekunden? Weil ich bin mir sicher, da steht, innerhalb von drei Sekunden! Hm! Kapier ich nicht! Oder ist damit gemeint, wenn er sich so hinkniet und ab dann drei Sekunden oder was? Ich weiß es nicht! Aber ich bin mir sicher! Guck mal, pass auf! Ich guck nach! Unser neues geiles Menü! Das darf man ja... Falsch! Sorry! Äh! Darf man auch mal nutzen! Waffen! Äh! Wo haben wir denn hier? Jagdbogen der Seelen! Das Ziel stirbt innerhalb von... Stirbt das Ziel innerhalb von drei Sekunden, füllt es einen Seelenstein! Steht also da! Ich sag ja nur, was da steht! Naja! Komm! Egal! Ähm! Ja! Was gibt's denn hier noch? Guck mal hier hoch! Ah! Hier waren wir glaube ich, oder? Hier sind wir am Anfang hochgelaufen, oder? Wenn ich mich recht entsinne, sind wir hier hochgelaufen und da oben haben wir dann Savosaren, die alte Fischhaut... Nee! Guck mal! Wo geht's denn hier hin? Vergessen, da ist Fallküse entdeckt! Ja Mensch! Wollen wir da rein? Musik da rein? Soll ich mal da rein? What the fuck? Hier oben sind wir rausgekommen! Da oben da... Da, ne? Guck mal, da unten ist eine Truhe! Guck mal, da runter hoppen! Und er verstarben! Was da drin? Granat, Stein, Gold, Dietrich, Zaubertrank! Zaubertrank, Zaubertrank der Wasseratmung! Brojo, unbedingt ständig und andauernd! Ständig denke ich mir, ach Mensch, ja meine Fresse! Hetzte nur Kiemen! Gib mir, oder? Geh 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 mir, oder? Guck mal, hier noch mal eine Urne! Rubin und Gold und Zaubertränke und... Ja, meine Götter! Ja, meine Götter! Meine Götter! Mein Gott! Wir werden hier verwöhnt! Das ist nach oben, da ist auch noch eine Tür! Ach du meine Güte! Was denn da hier? Weißt du doch das gleiche, oder? Oh, guck mal! Wir haben bald Level up hier! Ja! Alles klar! Weiß Bescheid! Mach ich mir mal Licht! So, wo war das mit dem Schutz? Ah! Traugefüßt! Stirb! Traugefüßt! 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 Das? Kann ich auch! Pass mal auf! Pass mal auf! Pisskopf! 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 Du drauf! Aua neue Stufe! Ja, sehr schön! So, da war ja kurios und nicht mehr am Start haben! Müssen wir uns mit Lisbeth aushelfen! Das ist dein Problem hier! Schwer wir jetzt doch mal! Ist hier sonst noch irgendwo jemand? Ne, ne? So! Und jetzt! Ach Lisbeth, was machst du denn? Ich wollte ihn doch... Äh... Ebenerz... Ebenerz zwei Hände! Alles klar! Braue ich nicht! Mensch! Du Auge first! Du alte Hütte! So, was gibt's jetzt hier? Hat sich das gelohnt? Den Typen hier Platz zu machen? Ja, hier ist doch gar nichts! Oh, guck mal! Da oben ist eine Truhe! Haben wir jetzt ganz neu... Da haben wir jetzt ja mal so... Solche Frost-Atroneichen haben wir jetzt ja entdeckt, ne? Äh... Wobei ich glaub, die hatten wir vorher schon mal. Ich glaub, wir waren irgendwann mal in so nem Kaker oder so nem Verlies. Und, äh... Da haben wir, glaub ich, schon mal so ein Frost-Atroneichen gesehen, wenn ich mich da nicht täusche. Das... Na, bei mir sind Mäuse! Ne, Fatsch! Ah! So! Hallo, Truhe! Okay, ja, wieder nur Mist, oder was? Die Triche... Ah, ja, das ist so, ja, voll für den Arsch, Alter! Ah, ja, echt mal voll für den Arsch! Ja, okay, sonst ist ja nichts mehr, oder? Nö! Denke nicht! Also... Nö! Ja, dann... Ähm... Tschüss! Gehen wir wieder aus! Hm... Mal, kurzer Besuch! Ja, dann gehen wir mal in diese andere... Gucken, da sieht das ein bisschen auf die Reihe, Krieg hier so einigermaßen. Ja, dann gehen wir mal in die andere, äh... Tür da, oder? Wahrscheinlich ist das das gleiche in grün. Da ist ein bisschen ... Möchste gar noch cof! Tear down this all! Ja, servus! Ähm... Was ist los bei euch? wo Moment ist das ein Typ sitzt da wer was war das was war das was war das ha an 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 auf Untertitelung des ZDF für funk, 2017